Super, das war die schnellste Runde. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind ein Red Bull, Hamilton und Nico Rosberg. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Virtuelle Safety Car auf der Strecke. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grünen Flaggen warten. Achtung, 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 A Fertig, los jetzt! Toll gefahren, der Preis gehört dir! Red Bull hat heute einen großartigen Sieg gefahren. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgenommen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir können den ganzen Tag über Strategien sprechen, holen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Während das Adrenalin nach diesem ereignisreichen Grand Prix ein wenig nachlässt, kommen hier unsere Top 3 hinaus zur Siegerin. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Fernando Alonso. Egal wo oder für welches Team er fährt, wann ist er nicht großartig? Er sorgt immer für außergewöhnliche Leistungen, das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Red Bull hat seine Führung in der Weltmeisterschaft ausgebucht. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen.